Ein Kind ist gewohnt. Ein Kind ist etwas Schönes. Einmal hat mich meine Nachbarin gefragt, ob ich ihr Kind aufpasse. Sie musste einkaufen gehen, hatte niemanden, der Obst aufpasst. Ich habe mächtig viel Faxen gemacht und war sehr aufgeregt. Einmal hat das Kind sogar gedacht, das hat mich sehr schön. Insgesamt hat es sehr, sehr viel Freude in mir. Sternbrüche, die drei Weißen aus dem Morgang kommen von Freien. Wir haben den Sternen von Bethlehem gesehen und suchen den neu geborenen König. Während die Könige unterwegs sind, sind wir gemeinsam Stern über Bethlehem. Während der König. Während der König. Vielen Dank.